Kommunikationspolitik, auch wieder hier Strukturzahl 5, wie bei den anderen Marketinginstrumenten auch. Kommunikationspolitik meint die klassische Werbung, aber Werbung ist Kommunikationspolitik. Kommunikationspolitik ist nicht zwingend Werbung. Das ist wichtig zu unterscheiden. Dann die Verkaufsförderung, Public Relations, die Öffentlichkeitsarbeit, der persönliche Verkauf und das Product Placement. Das sind die fünf Instrumente der Kommunikationspolitik. Es ist also falsch, Kommunikationspolitik gleichzusetzen mit Werbung. Sondern es gibt noch vier andere Instrumente der Kommunikation zwischen Produzent oder Händler und Kunde. Vielen Dank.